Guten Tag, die Hochschule Midtweider, speziell die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, vertreten durch mich, stellt Ihnen heute unser Studium Master of Arts vor. Das ist in Betriebswirtschaftslehre ein konsekutiver Masterstudiengang, der Ihnen Managementtechniken für die mittelständische Wirtschaft nahebringt und außerdem Sie zu einem Teamplayer machen wird. Wir werden Ihnen dafür 120 ECTS gutschreiben. Das ist in Deutschland die maximale Menge für einen Masterstudiengang, verteilt über zwei Jahre, über vier Semester. Dabei sind die ersten drei Semester Präsenzsemester. Da möchten wir im ersten Semester uns etwas anlehnend an den Lebenszyklus eines Unternehmens mit Problemen der Gründung auseinandersetzen. Das zweite Semester dann eher Probleme des Wachstums und der Reife eines Unternehmens. Das dritte Präsenzsemester beschäftigt sich dann mit der Konsolidierung, wo auch die Krisen gelöst werden. Und in jedem Semester werden Sie im unterschiedlichen Maße Probleme der Planung, Durchsetzung und Kontrolle kennenlernen. Und ein kurzer Blick auf unseren Studienablaufplan zeigt, dass im ersten Semester die Farbe grün dominiert. Das sind also Probleme der Planung. Im zweiten Semester die gelbe Farbe, Durchsetzungsprobleme und das dritte Semester eher Orangefarben, Probleme der Kontrolle. Das vierte Semester dient dann der Anfertigung der Masterthesis und ihrer Betreuung. Außerdem als Reserve, falls an irgendeiner Stelle noch etwas nachzuholen ist aus Vorsemestern. Wenn Sie Interesse haben, dann achten wir sehr auf die Studierfähigkeit unserer Bewerber. Es gibt also immer wieder einen sogenannten Eingangstest. Den müssen Sie bitte zwingend in Mitweida ablegen, damit wir Ihre Vorkenntnisse in Betriebswirtschaft etwas abprüfen. Wir nehmen nämlich nur 30 Studenten auf und haben damit einen konsekutiven Studiengang, der Ihnen 120 ECTS bringen wird. Wir sehen uns in Mitweida. Das würde mich freuen. Vielen Dank. Und Bewerbungsschluss ist bitte der 15.07. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.